Herzlich willkommen auf Casinoverdiener.com. In diesem Video erfährst du, wie du Gold of Persia bei Sunmaker mit Echtgeld spielen kannst. Zuerst musst du dich von Casinoverdiener aus zu Sunmaker weiterklicken. Den Link zu Casinoverdiener findest du unter dem Video. Klicke unten auf der Seite auf den gelben Knopf mit der Aufschrift Sunmaker. Du verlässt Casinoverdiener.com und bist jetzt auf der Seite des Sunmaker Casino. Wähle eine Sprache aus und klicke auf Weiter. Jetzt musst du ein neues Konto registrieren. Klicke dazu ganz oben auf den gelben Knopf mit der Aufschrift Registrieren. Trage deinen Vornamen, deinen Nachnamen und dein Geburtsdatum ein. Weil du Geld einzahlen möchtest, benötigt Sunmaker außerdem deine Anschrift. Zum Schluss wählst du dir einen Benutzernamen und ein Passwort aus. Wähle eine Sicherheitsfrage und gib den Sicherheitscode ein. Bestätige, dass du über 18 bist und klicke dann auf Absenden. Jetzt kannst du noch einmal deine Daten prüfen. Wenn du fertig bist, klickst du auf Registrierung bestätigen. Öffne dein E-Mail-Postfach und klicke auf den Aktivierungslink in der Mail von Sunmaker, um dein Spielerkonto freizuschreiben. So sieht die Seite von Sunmaker aus, nachdem du den Link geklickt hast. Bist du freigeschaltet, kannst du dich mit deinen Nutzerdaten oben rechts einloggen und Geld einzahlen. Bestätige die Meldung mit Weiter und klicke dann auf Jetzt einzahlen. Trage dann den gewünschten Betrag ein. Klickst du auf Jetzt Bonus auf diese Einzahlung aktivieren, bekommst du einen Bonus von 100% bis zu 300 Euro. Zahlst du also 10 Euro ein, kannst du mit dem Bonus mit 20 Euro spielen. Um dir den Bonus wieder auszahlen zu lassen, musst du ihn 25 mal innerhalb von 60 Tagen umsetzen. Das Geld überweisen kannst du z.B. mit Skrill von Moneybookers. Klicke auf das Logo von Skrill und dann auf Einzahlen. Wähle eine Zahlungsmethode, wenn du noch kein Konto bei Moneybookers hast. Bist du dort schon angemeldet, kannst du dich auf der linken Seite mit deinen Kontodaten von Moneybookers einloggen. Jetzt musst du nur noch die Zahlungsart wählen und auf Bestätigen klicken. Mit dem Bonus hast du jetzt bei einer Einzahlung von 10 Euro ein Guthaben von 20 Euro. Klicke dich zum Casino-Bereich zurück. Gold of Persia findest du unter Spielautomaten. Suche das Spiel dann unten in der Liste und klicke auf Play. Im Spiel kannst du unten rechts deinen Einsatz anpassen. Klicke auf Start, damit sich die Walzen drehen. Casinoverdiener.com wünscht viel Spaß mit Gold of Persia bei Sunbank.